Die DDR hatte eine Verfassung, in der ganz gute Formulierungen standen, unter anderem, also relativ viele Freiheiten verbirgt waren, aber die Verfassung war das Papier nicht wert, auf der sie stand. Und ähnlich, denke ich, war es mit dem Korb 3 der Helsinki-Schlussakte, wo der DDR-Staat Menschenrechtsverpflichtungen unterzeichnet hat, die ihr nicht gedachte einzuhalten. Gleichwohl gab es so eine Art internationalen Druck und ich glaube schon, dass das Bestreben der DDR-Führung nach internationaler Anerkennung bewirkt hat, dass sie jedenfalls in den Gefängnissen etwas verändert haben, es gab eine Gefängnisreform und dass sie auch versucht haben, die Zahl der politisch Inhaftierten zu reduzieren oder eben entsprechend schnell in den Westen abzuschieben. Es war ja auch eine Devisenquelle immerhin, der Staat hat ja für die politischen Häftlinge auch eine Menge Geld kassiert. Als 1987 für Erich Hornecker in Bonn der rote Teppich ausgerollt wurde, da fand bei uns gerade der Olaf-Palme-Marsch statt. Das war ein Marsch auf den Spuren der KZ-Häftlinge in Sachsenhausen, also auf den Spuren des Todesmarsches dort, also nördlich von Berlin. Das hat die Aktion Sühnezeichen organisiert. Es liefen erstmalig, also es war eine erstmalige Demonstration, die sozusagen nicht unbedingt vom Staat initiiert worden war, aber die auf der anderen Seite schon noch sehr vielen Restriktionen ausgesetzt war. Also die Veranstalter selbst haben dafür gesorgt, dass es zu keinen Provokationen kam und deshalb durften da bestimmte Plakate mit Reizworten wie Menschenrechte oder Mauer oder Reisefreiheit oder so, durften da gar nicht auftauchen. Also deshalb, es war ambivalent. Es war ein Stück weit ein Versuch, was Eigenes zu machen, aber es war doch auch wieder mit ausgehandelten Kompromissen verbunden. Am selben Tag aber hatten wir eine Demonstration geplant in Ost-Berlin. Und das war, denke ich, wirklich eine Opposition, die allein von den oppositionellen Gruppen ausging, allerdings vom Stadtjugendveramt verhandelt worden war, war davor mit dem Rat des Stadtbezirks Prenzlauer Berg, dort sollte die Demonstration stattfinden. Und auch da wurde verlangt, dass also keine Reizworte auf Transparenten stehen dürfen, woraufhin wir aber gesagt haben, darauf lassen wir uns nicht ein, wir demonstrieren und wir werden keine Ordner mit roten Armbänden hinstellen, die die Plakate runterreißen, wenn da eigene Losungen draufstehen. Diese Demonstration kam eben auch tatsächlich zustande. Sie war kurz, sie hatte einen kurzen Weg zur Gethsemanekirche, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, jetzt haben wir den Durchbruch, jetzt haben wir unsere erste eigene Demonstration. Es gab ein ungeheures Unwetter. Manche haben spaßhaft gesagt, das haben die auch wieder manipuliert mit ihren Silbernitraten. Aber gut, es hat frischbar geregnet und alle haben sich schnell in Hauseingänge zurückgezogen, aber der Regen hörte irgendwann mal auf und dann sind sie weitergezogen, zum Teil ja auch im Regen und haben in der Gethsemanekirche eine Abschlussveranstaltung gehabt. Und diese Demonstration ist von der Polizei geschützt worden, wie es ja normalerweise üblich ist. Und ich habe mich dann mit einem der Polizisten, viel Staatssicherheit natürlich, ich habe mich mit einem der Polizisten da unterhalten und habe eben ganz begeistert gesagt, so jetzt haben wir den Durchbruch, ab jetzt machen wir öfter eigene Demonstrationen und ihr habt uns hier zu schützen. Woraufhin der sagt, nee, nee, das ist eine Ausnahme. Wenn Erich Honecker wieder hier sind, geht es im alten Stil weiter. Also es war auch von der Seite eine ziemliche Offenheit. Ich hatte aber damals das Gefühl, tatsächlich, die können dahinter nicht mehr zurück, aber sie konnten sehr wohl. Und danach kam es ja zu einer Verhaftungswelle, also es spitzte sich die Konfrontation ja doch ganz erheblich zu.